halli hallo hallöle meine freunde ja ich habe vor zwei monaten eine pause angefangen eine youtube pause weil es mir nicht so gut ging ja geht es mir jetzt gut i don't know ich glaube eher nicht so aber die show muss weitergehen okay spaß beiseite ich bin dann f204 und ich mache wieder content für euch abg maker content das ist natürlich mein hauptaugenmerk da wird es eine menge geben über die menge kommen und ich hoffe dass wir gemeinsam auch spaß haben in meinen live streams geplant ist auf jeden fall auch eine größere tutorial serie ich arbeite nämlich aktuell an dem plugin das ist nun mittlerweile fast fertig und ja ich war fleißig die letzten zwei monate und da wird auf jeden fall was kommen tutorials zu meinem neuen plugin und ich bin mir ziemlich sicher dass einige von euch sich da mega darauf freuen werden auf jeden fall neue youtube tutorials zum apg maker was gibt es noch es wird auf jeden fall ein neues community event geben nächste woche freitag ist abgabetermin ja lest euch da auf jeden fall noch mal die regeln durch link in der video beschreibung zu meiner steam gruppe bzw zu speedys steam gruppe und dort klickt ihr dann hier auf den angehefteten link und könnt euch hier noch mal die regeln für das community event durchlesen lest euch das auf jeden fall noch mal hundertprozentig sicher aufmerksam durch weil leicht unter anderem habt ihr irgendwas nicht beachtet und ihr wollt ja doch hier ein bisschen was gewinnen ein bisschen was bekommen für eure leistung das wäre es ja auf jeden fall wert und ihr wollt ja nicht hier wegen irgendeiner kleinigkeit dann nichts bekommen genau lässt euch das auf jeden fall aufmerksam durch wäre cool und da ist der abgabetermin ist auch wichtig nächste woche freitag und den darauffolgenden tag den 6 april werde ich um 20 uhr live eure projekte streamen ich hoffe ihr seid dann dabei quasi so als kleiner donnes zurück live stream ist eine coole aktion denke ich mal wenn ich dann wieder ich habe mit dem live stream aufgehört ich fange quasi mit einem live stream dann auch wieder an mehr oder weniger ich denke mal das ist der way to go also seid dabei heißt mich willkommen willkommen zurück und ja was kommt noch genau dann apropos community event wird diesen sonntag und nächste woche montag werden zwei stream aufzeichnungen online gehen vom community event vom letzten jahr da hat speedy nämlich zwei projekte gestreamt auf twitch und da upload ich gerade die stream aufzeichnungen beziehungsweise habe es bereits getan und habe auch bereits eingestellt dass das eine video am sonntag um 15 uhr online geht und das andere video am montag um 15 uhr also schaut auf jeden fall rein coole projekte wurden gestreamt von speedy also nicht von mir spielt aber keine rolle speedy ist genauso toll wie ich wenn ich sogar ein ein bisschen toller speedy du bist toll ok ja was steht noch an ja tutorials events community events was steht noch an es steht noch an dass wir umori weiterspielen wir haben ja umori angefangen da ist es umori spielen wir auf jeden fall weiter da freut mich auch schon mega drauf da freut mich schon richtig drauf und was werden wir noch machen wir werden auf jeden fall dann auch gemeinsam wieder ein bisschen was zocken minecraft valorant counter-strike 2 hätte ich mega bock so luigi player hörst du zu hast du zu hörst du dieses video schreibe in die kommentare dass du dich freust wenn ich sage counter-strike 2 ja 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 so finals möchte ich mit euch zusammen spielen da kann man jetzt mittlerweile eigene custom server machen also private matches und da können wir dann auch zusammen zocken vielleicht ein bisschen overwatch noch im morgen ist auf jeden fall hätte ich wieder bock kartik von und so weiter und so fort also wir werden als community auch wieder was zusammen machen auf jeden fall und der morgen das ist nur wirklich lange her dass wir das mal wieder gespielt haben und dass da das wird auf jeden fall zeit mich von euch wieder umbringen zu lassen gut ja was haben wir noch so an dingen die ich noch tun möchte mit euch zusammen ja das reicht ja erstmal das reicht erstmal also schaut euch auf jeden fall die stream aufzeichnungen an diesen sonntag und montag dann macht euer community projekt fertig für dieses jahr bis freitag vergesst es nicht abzugeben und lest euch auf jeden fall noch mal die regeln durch das dauert fünf minuten habt ihr die regeln noch mal durchgelesen link in der beschreibung und am samstag dann nächste woche seid live dabei und verpasst nicht den live stream wäre schade drum also wäre wirklich schade oder leute hat sich sagt tschüsseli